Wer hat dir denn bitteschön gesagt, dass der einzige Grund, warum Schweinefleisch verboten ist, etwas mit der Gesundheit zu tun hat? Kann doch noch andere Sachen sein. Was? Allahu'ala. Aber nur weil ich es nicht weiß, nur weil der Mensch nicht allwissend ist, nur weil der Mensch nicht allumfassend ist, hat er nicht das Recht zu sagen, okay, ich habe die Weisheit erkannt, es ist die einzige Weisheit für dieses Gebot im Koran, also kann ich das Gebot ändern, weil es heute Kühlschränke gibt. Warum sind Schweine als Nutztiere so beliebt? Sie bieten viele Vorteile, von denen einige hier genannt werden sollen. Schweine sind schon nach sechs Monaten geschlechtsreif, das heißt, sie können bereits ab diesem Alter Kinder kriegen. Ihre Schwangerschaft dauert nur vier Monate. Dabei können acht bis vierzehn Kinder auf einmal geboren werden. Da können Rinder und Schafe nicht mithalten. Zudem sind sie schon nach sechs Monaten schlachtreif. Auch sind Schweine nicht wählerisch, was das Essen angeht, denn sie sind anders als Rinder und Schafe Allesfresser. Alle diese Vorteile sorgen natürlich für einen günstigen Preis, der für viele das wichtigste Kriterium darstellt Schweine zu züchten.